Manche Leute haben ja auch vier oder fünf Bildschirme, äh, freu mich mal, warum. Ja, gut, das ist dann ein bisschen übertrieben. So, Torwald wollt ihr sehen. Ich nehme nur noch Sunny. Haupttier oder Arctis? Sunny ist super. Ach so, aber ihr nehmt wieder Maggie. Vielleicht hätte er ja nur Maggie oder will die auf Elite machen. Ich finde Maggie eigentlich auch echt gut. Maggie oder Crowe finde ich mir am besten als Trapper. Obwohl, Griffin ist zum Beispiel auch geil gegen Kraken, er kommt da gar nicht weg. Oder gegen Goliath, wenn er springen will, Harpune in den Arsch. Du bleibst hier. Birkaune wieder. Schon wieder. Ist das der gleiche? Ich weiß es nicht. Arturo? Nee. Wie hieß der andere? Weiß man das? Weiß ich nicht. Aber zumindest war da irgendwie Bronze-Silber gewesen. Aber ich bekomme jetzt kein Video mehr. Bei dem einen von 16 Charakteren. Oh, keiner hat ein Video. Wow, wir können direkt loslegen. Ich bin beghostet. Yo, Son. Grüße. Grüße. Torwald, oder? Ja. Ist das dein Vor- oder dein Nachname? Geht ich gar nichts an. Torwald Stavik. Und, äh, wo kommt Torwald Stavik her? Clocktower. Du wurdest in einem Uhrenturm geboren? Nein, Kolonie. Gegründet von Pietro. Clocktower ist eine der ältesten Kolonien im Arm. Gegründet von Skandinadiern. Ein ganzer Planet voll zweieinhalb Meter großer blonder Cyborgs? Nein. Einige sind klein. Diese Dialoge teilweise. Aber das Blond und Cyborg hat er nicht verneint. Ich hatte den Bug übrigens am Anfang schon wieder. Echt? Das ist merkwürdig. Den gibt's noch. Hätte ich auch nicht gedacht. So, er rennt einfach los und... Ich schwör, wenn der in die falsche Richtung rennt, rast dich richtig aus. Na komm. Flieg hoch. Geht Daisy rechts oder links lang? Ja. Ich seh die schon. Wo geht sie lang? Den Weg hinten um den... Äh, hier rechts. Oh, okay, nice. Trapped der? Högel, die Kreatur ist da drüben. Zu weit weg. Zu weit weg, okay, ist klar. Ein kleiner Vorteil für alle. Aber die Pflanze hier weg, Mau. Oh, au, au, au. Okay, alles wieder normal. Hier ist sie. Ich seh das Biest. Mist daneben. Hör, feuert auf die Schwachstelle. Ja, während du dann dabei fliegst, dann hast du erst mal unendlich Schub. Auf, auf, auf. Nimmst du nämlich die Energie von meinem. Tut auch nicht weh. Boah, die Gorgone ist echt mega schwer zu treffen mit den Dingern, muss ich sagen. Oh. Geht die lang? Ganz da hinten? Hinten rum, denke ich, ja. Ich versuche hier mal den Weg abzuschneiden. Bombe, Axel, du musst dich heilen, denk dran. Au, au, au. Axel, lass dich nicht jonsen. Ich kenne die Fauna nicht und so. Ey, ich feier, ich feier das immer noch. Geh ruhig weiter, Blackhawks, die geht hier oben lang. Okay. Oh nein, wie kann... Ich hoffe, der rennt richtig, ey, der folgt Daisy wieder nicht. Ey, gut, teilweise ist es ja auch gut, Daisy nicht zu folgen, weil Daisy so eine Verzögerung hat. Ja, bloß. Jetzt auf einmal dreht er um, weißt du. Ich habe halt keine Ahnung, ob er wirklich eine Ahnung hat, wo das Viech überhaupt hin ist. Weil Daisy zeigt in die andere Richtung. Also Daisy will definitiv in die andere Richtung gehen. Ja, auch da hinten. 200 Meter. Also so richtig Ahnung hat er da scheinbar nicht, wo die ist. Ja. Falle gelegt! Ja. Ja, und die Wolft auch dort. Obwohl, wenn wir jetzt rechtzeitig kommen und er sie trappt, fällt schon nice. Sie ist auf jeden Fall fertig, die Wolft. Shit. Müsste drin sein, oder? Ja. Ja. Ah, verdammt. Ich habe ein Standbild. Okay. Hatte ich auch gerade. Seid ihr wieder da? Ja. Wo ist er? Ah, hier bei mir im anderen. Oh mein Gott! Ah, die Schilddrohne ist das schön. Denkt dran, ihr braucht nicht in den Angriff gehen, ne? Ich bin der Schadensmacher, nicht ihr. Ja, ich bin der Schilder. Ich werde getrappt hier neben dir, Blackie. Okay, Panzerung ist down. Warum ist der Trapper so dumm und bleibt nicht bei deiner Scheißdrohne? Oh ja, bleib stehen, da kriegst du genau mein Trager ab. Bleib ruhig stehen. Ich mag das nicht, dass dieser Jetpack-Fuß so schnell weg ist. Ich glaube, das mag keiner so gern. Ich bin auf dem Weg. Kann den jemand aufheben? Ja, ich versuch's. Wenn der nicht schießen würde. Oh Mann, nee. Ich bin leider runtergefallen. Ist sie abgehauen? Ja. Aber wir haben über die Hälfte der Lebensmengi geklaut. Was anderes hab ich nämlich nicht. Ich bin eher auf die Fersen. Heilungsfeld geladen. Denk immer schön ans Heilenechse, ne? Ja. Echt's geklaut? Hier bei mir. Ja. On my way. Ich war bereit für dich, Bestie. Na, feuert auf diese Ziele. Ey. Wow. Die hat kassiert gerade, ey. Ah, ich bin da. Oh ja, mach das ruhig. Da kriegst du schön meine Dinger ab. Ich hatte eben mein Schild. Ich bin leider weggefetzt worden durch die Explosion. Oh. Beim Tyrann und bitte nicht. Puh, okay. Ist die drin? Ist noch drin. Ist drin, Gobi. Okay, dann haben wir jetzt gewonnen, glaube ich. Nee, nee, nee. Ist nicht drin. She's not inside. Okay, ich versuche hier wieder den Weg abzuschneiden, ja? Geht sie links oder rechts? Links. Links, okay. Monster, du willst sterben, hoffe ich. Ach, du lädst damit mein Jetpack auf. Äh, nicht, nicht aufladen, sondern... Doch, auch, auch, auch aufladen sogar. Auch? Ja, die Leute laden damit schneller auf als sonst, wenn du das machst. Okay. Aber du hast auch, du bist dann sozusagen ein bisschen overcharged, du kannst dann fliegen, obwohl du zum Beispiel nichts hast und das geht von... Ja, das hatte ich gerade nicht wenigstens. ...von seiner Waffe dann runter. Aber du lädst auch ein bisschen schneller auf. Ja gut, dafür kann ich hier währenddessen nicht sprinten. Oh, sie ist genau neben uns. Hey, wieso haut die nicht ab? Die stirbt jetzt, wenn sie nicht abhaut. Hm. Ich will auch noch Schaden machen. Au, au, au. Da liegt jemand. Hm. Ich komme nicht ran. Versuch ihn zu heilen, bitte. Desi, Desi, Desi machen solltet. Ja, desi, desi machen solltet. Desi, desi machen solltet. Ja, desi machen solltet. Bleiben noch ein oder zwei. Ja, die hat er abhaun sollen. Ich hab drei Chiefments drei geschehen. Drei. Das werden wir für komische Fragen gestellt. Das werden wir für komische Fragen gestellt. So, ah, ich muss Tor halt ja auch noch, auch noch leveln. Cool. Oh, level up, komm, level up. Level up. Bis zum nächsten Mal. Dann war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.